So Leute, ich mache Werbung für den E-Roller. Die Marke zeigen wir nicht. Wirklich sehr effektiv, wenn man drei, vier, fünf Kilometer fährt. Ich bin sogar sechs, sieben Kilometer ohne Probleme gefahren. Der fährt 20 kmh. Da muss man aber darauf achten, dass er Straßenzulassung hat. Und die kann man zusammenklappen. Straßenbahn, Zug zahlt man kein Geld. Und dafür mache ich echt Werbung, weil das sehr gut für die Umwelt ist. Und man kommt überall hin. Man spart Geld, indem man keine Spritkosten bezahlt. Kann ich wirklich empfehlen. 20 kmh. Klinge hat auch Bremse, hat auch was für immer mehr. Kann ich empfehlen, Leute.